Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. bichte wo gibt junge bichte wo gibt bichte wo gibt junge ich glaube immer gleich mal was essen hat das war schön essen essen und bichte musst du essen nix essen nix gut verstehst bichte wo gibt junge wie steht brutal steht wo gibt meine position unterstützen meine position unterstützen was labest du alter labest du hast du überhaupt gelernt hast du gelernt das wararios so Drei Abpraller. Drei verdreckte Abpraller auf dem Raffo Tour, Alter. Willst du mich verarschen, Mann? Willst du mich komplett verarschen, Mann? Drei elendige Abpraller auf so einem scheiß Raffo Tour. Vor allen Dingen das Geile ist, der Gegner hat einen VK-72er und einen 2-6-0er. Überleg mal. Einfach mal auf Ehrenbasis die ganzen OP-Panzer bekommen. Ich geh mal flankieren, Alter. Werde höchstwahrscheinlich dabei sterben, aber so ist das Leben, Alter. Kannst du nichts dran ändern. Pforte der Unterstützung an! Pforte der Unterstützung an! Schön flankiert, Alter. Guck mal da, da kommt was raus. Pforte der Unterstützung an! Wer kennt's nicht, Alter? Jo, VK-72er. Hättest du nicht gedacht, ne? Dass du so elendig ablust, Alter. Dass ne Badget dir deine kompletten HPs klaut, Junge. Das hättest du lieber nicht gedacht, ne? Mein Gott, das sind offene Ziele. Was ist mit unseren TDs schon wieder? Oh, jetzt jodelt mich der Typ hier. Oh, wir haben das gewonnen, Alter. Ich hab den VK-72er seine kompletten HPs geschmatzt, Junge. Der war da so schön, hold down und hat sein Ding gemacht. Da kam der Acke um die Ecke. Da kam der Acke um die Ecke und hat den mal kurz wegrasiert mit seinem VK-72er OP-Panzer. B-Stivoli. Boah, beweg doch mal deinen elendigen Arsch! Ja, sagt er noch, jawohl, dann beweg dich doch mal, Junge. Ist Endgame. Hör doch auf, da hinten rumzuschimmeln, Mann. Ich hab ein Amorak und keine HPs mehr, Alter. Wie wär's mit Bewegung? Da kam der Acke um die Ecke und hat dem VK-2-Magazine in den Arsch geballert, Junge. Auf Ehrenbasis. Ne, unser 268er will nicht mitspielen. Loll. Angeblich war ich noch auf, oder was? Naja, soll mir egal sein, wir gewinnen das Spiel. 5.400 kombiniert. Und das meiste hab ich am VK-72er gemacht. Der Junge wurde einfach mit seinem VK rasiert. Auf Ehrenbasis. Loll. Unser Objekt 268 fährt immer noch nicht. Er hat immer noch keinen Bock. Ja, der macht da schön hinterm Stein seine Kills. Jawohl. B-Stipo gibt, Junge. B-Stipo gibt. Habt ihr gesehen, wie mein Move, wie mein Move einfach den besten Panzer des Gegners zernichtet hat. B-Stipo gibt, Junge. B-Stipo gibt. B-Stipo gibt. Natürlich, ne? Ganz klare Sache. Hier, VK-72er. Munitionslager war weg. Und 1500 HP habe ich dem gezogen. Wo ist er denn, der VK-72er? Wo ist er denn, der Bursche? Was ist denn da los mit dir, Junge? Beste, wo gibt, Junge? So, Freunde, der gepflegten, absoluten, geilen Unterhaltung. Beste, wo gibt. Beste, aber auch brutal, Stippo gibt. Ich mache mal eine kleine Mittagspause, würde ich sagen, oder? Ich gehe mal was essen und dann komme ich gleich wieder. Vielen Dank.